Stellen Sie sich vor, Sie können einkaufen, also nehmen, was Ihnen gefällt. Ganz ohne Portemonnaie, ohne Plastikkarten, ohne Kassierstation und gehen mit Ihrem Einkaufsgut nach Hause. Von Ihrem Guthaben wird alles fein säuberlich detailliert abgebucht. Sollte sich Ihr Gesundheitszustand negativ verändern, werden die zuständigen Stellen in Echtzeit informiert und es wird Ihnen geholfen, bevor Sie womöglich die gesundheitliche Gefahr selber bemerkt haben. Damit wird Ihr Alltag erleichtert und Ihr Leben sicherer, nicht wahr? Zukunftsmusik oder Albtraum für Sie? Diese Gegebenheiten könnten schneller Realität sein, als Sie denken. Die US-Grossbank J.P. Morgan Chase plant für 2025 die Einführung eines biometrischen Zahlungssystems, welches ermöglicht, Einkäufe zu tätigen ohne Bargeld, Kredit oder Debitkarten. Sie müssen lediglich akzeptieren, dass Ihre Handflächen oder Ihr Gesicht beim Betreten des Geschäfts gescannt werden. J.P. Morgan Payments habe dieses System bereits im Jahr 2022 durch einen Lebensmitteldienstleister in Texas erprobt. 35,83 Milliarden Transaktionen im Wert von 2,03 Billionen US-Dollar sollen abgewickelt worden sein. Biometrische Zahlungen sollen bis 2026 weltweit 3 Milliarden Nutzern und einen Wert von 5,8 Billionen Dollar erreichen, wird von Google Intelligence prognostiziert. J.P. Morgan ist nicht der einzige Zahlungsverkehrsdienstleister, der aktiv die biometrischen Verfahren für persönliche Einkäufe erforscht. Visa stellte seine Technologie für das Bezahlen mit der Handfläche vor und erwartet, dass sich biometrische Zahlungen innerhalb des nächsten Jahrzehnts durchsetzen werden. Die Pilotprojekte umfassen die Authentifizierung von Handflächen, Fingerabdrücken und Gesichtern für die Zahlungen. Sie propagieren ein schnelleres und sicheres Kassiererlebnis. Dazu sind Kunden offenbar bereit, zum Bezahlen ihre biometrischen Daten zu verwenden. In dieselbe Richtung geht die Entwicklung zur Überwachung, zur Förderung und zum Erhalt Ihrer Gesundheit. Haben Sie schon von Nanotattoos als Biosensoren gehört? Tätowierungen sind längst populär geworden. Sie haben nicht nur ihre Verborgenheit verloren, sondern entwickeln sich zu einem Stück Technologie. Entwickelt wurden Nanotattoosensoren, kurz BNTS, von Christen de Belcastro, Dozentin an der Yeditepe Universität in Istanbul und Onur Ergen, den stellvertretenden Vorsitzenden für Forschung und Entwicklung an der Abteilung für Elektronik und Kommunikation der Technischen Universität Istanbul. Eine Methode, mit der Tätowierungen implantiert werden können, die passiv und drahtlos kommunizieren, ohne Implantate oder externe Energiequelle zu benötigen. Das Tattoo reflektiere empfangende Hochfrequenzsignale und stelle damit eine Verbindung mit dem Smartphone her. Dieses kann so kontinuierlich überwachen und die gesammelten Informationen mittels KI auswerten. Die Entwicklung kompakter und selbstständiger Biosensoren soll es ermöglichen, unseren Gesundheitszustand zuverlässig, in Echtzeit und kostengünstig zu überwachen. Ob hinter diesen technischen Entwicklungen das Interesse, dem Wohle des Menschen gilt, wie vordergründig lauthals glaubhaft gemacht wird, muss bezweifelt werden. klar.tv hat bereits in Dutzenden Sendungen aufgezeigt, wie die Menschheit schrittweise in verschiedenen Bereichen in eine Totalkontrolle geführt wird. So sollen zum Beispiel die Bürger durch Abschaffung des Bargeldes und Nutzung des digitalen Euro gläsern und manipulierbar werden. Faktisch wird durch den digitalen Euro die finanzielle Privatsphäre der Menschen abgeschafft. Als Basis zur Totalüberwachung selbst in den eigenen vier Wänden kann ihr WLAN genutzt werden. Zusammenfassend muss gesagt werden, Die Speicherung und zunehmende Verwendung der biometrischen Daten der Menschen wird eine totale Überwachungsdiktatur ermöglichen. Sie öffnet den Missbrauch durch den Staat, der seine Bürger auf Schritt und Tritt beobachten kann, aber auch kriminellen Tür und Tor. So plant das WEF mit seiner Agenda 2030 jeden Menschen glücklich zu machen ohne Privatbesitz. Sein Leben und Denken soll umfassend kontrolliert und manipuliert werden können. Stichwort Transhumanismus. Also die Verschmelzung von Mensch und Maschine wird von globalen Schaltstellen wie WEF und UNO als unverzichtbare Weiterentwicklung des Menschen propagiert. Er soll ein kontrollierbares und steuerbares biotechnisches Produkt für die kriminelle Machtelite werden. Quasi mit einem einzigen Knopfdruck ausschaltbar, falls er keinen Nutzen mehr erbringt. Wie kann der Mensch einem solchen Gleichsein biometrisch-digitalen Gefängnis jemals wieder entfliehen? Deshalb an dieser Stelle eine deutliche Warnung vor der heuchlerischen Propaganda für scheinbar positive Anwendungen solcher digital-biometrischen Technologien. Widersetzen Sie sich einer technisierten, manipulativen Diktatur, indem Sie sich schon heute persönlich mit wahrheitsliebenden Menschen vernetzen. So werden Sie Teil einer freien neuen Welt, denn das könnte überlebenswichtig werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.